Ja, hier habe ich sie wirklich gefunden, die Knochenwespe. Kurzes Gameplay, schauen wir mal kurz rein. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator-Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Items-Shop, sofort U gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen V-Bug drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jetzt hier in Tilted. Ah, da der mir, der war gerade bei mir gelandet, okay. Ah, jetzt ist er gestorben, schade. Aber er kommt wieder. Er bleibt tapfer. Hier an der Grenze der Switch. Das Out. Na ja, mit der SMG, er muss jetzt die Aufgabe scheinbar machen, mit der SMG, so wie das aussieht. Sonst würde er so nicht spielen. Das ist mit der SMG aus der Distanz. Das ist ja Käse. Neun Schaden. Wenn du nicht gerade der sofort bist, der damit alles trifft. Ja, da haben wir den Roboter auseinandergenommen und da hat er einen Sniper. Guck mal hier nochmal rein, da kriegt er auch nochmal was ab. Oh, Fallschaden auch noch. Ja. Ja, diese SMG-Aufgabe, das funktioniert so nicht. Zum Trommelgewehr oder sowas greifen. Auf die Distanz direkt drauf. Wobei, mit der SMG geht es schon, wenn du es ein bisschen geschickter anstellst, ne? Naja. Und wieder die SMG. Ja, so sieht das dann aus, wenn man Aufgaben macht, ne? Mittel Royale. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen da rum, da schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Gameplay. Okay, ist mit mir der Mann gleich, schaut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.